Seit er ein kleiner Junge war, hat er nichts anderes im Kopf gehabt. What goes up must come down. Es gibt keine Knochen, die er sich nicht schon gebrochen hat. Aber jetzt, jetzt kann er fliegen. Bald ist es wieder so weit. Die besten Freestyler landen in Zürich. Erlebe die Stars live in action. Freestyle.ch Das Megaspektakel am 22. und 23. September. Gewinne jetzt exklusive VIP-Tickets.